Geil, ich habe den Brunnen gepimpt. Die Kugel liegt da schon tagelang daneben. Aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, die auszutauschen. Und das sieht so viel geiler aus. Jetzt ist das Ding richtig magic. Ja, wuhu. Also das gefällt mir richtig gut. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020